Was geht Leute, Hamburger Gangsters hier und herzlich willkommen zum 11. Adventskalender, natürlich zu einem Dual Pack Opening mit Buffy Cry LP. Was geht ab Freunde, Jonas hier vorne, Buffy Cry LP und ich begrüße euch ganz herzlich hier auch zu diesem Dual Pack Opening, wie Kevin eingangs ja schon erwähnt hat. Ja und ist der Link zu ihm in der Beschreibung und da könnt ihr auch gerne vorbeigucken, der macht bei einem Ton ganz coole Serien. Ja natürlich bei mir dasselbe, bei meinen Abonnenten habt ihr zwar ein paar weniger als der Kevin, aber trotzdem könnt ihr natürlich gerne vorbeischauen, falls ihr den Kanal an und ich kenne das schon mal vorne abgeschaut. Wie gesagt und heute werden wir natürlich ein paar Packs, sind hier bei einem kleinen schönen Pack Offling mit einem richtig krassen Team of the Week, oder? Ja wir haben Cristiano Ronaldo, Ibra, Himović, Hummels und wirklich viele mehr aus der Bundesliga, haben wir da auch noch Perisic und Bernatia oder so, ne nicht Bernatia, Alter. Genau und ja kann interessant werden, ich würde sagen wir stürzen uns mal direkt auf das erste Pack. Ja würde ich auch sagen, also bist du jetzt schon im Shopkatalog drin? Jo. Alles gleich, ich würde mal sagen wir ziehen gleich runter, 3, 2, 1 und go. 2, 1, go. Oh mein Gott, hoffentlich ziehen wir Cristiano Ronaldo. Auf jeden Fall, ich habe noch hier so ein Gratis-Pack, was ich als erstes einlöse und habe nur Kacke gezogen. Ah ich habe auch hier gerade nur Müll gezogen eigentlich. Wie meistens eigentlich auch, aber ich bin diesem Insel-Pack auf ein echt guter Dinge, dass wir was Gutes ziehen. Keine Ahnung, ich habe es irgendwie im Bauchgefühl. Also sollte irgendwie schon klappen. Ja das auf alle Fälle. Wir werden auch so roundabout 7, 8 Packs ziehen, je nachdem wie es läuft. Ja. Ach ja meine Packs werden natürlich an meine Abonnenten, die alle schon gesehen haben, in Folge 1 und 2 alle verlost. Also soll ich jetzt Ronaldo ziehen, gehört auch euch Jungs. Dann wünsche ich dir mal Glück, den Kevin. Jo. Genau, ich bin jetzt beim nächsten Päckchen. Ich auch. Alles klar, 3, 2, 1 und go. Oh shit. Hier go ein vorne bei mir auf dem Cover und jetzt bin ich mal gespannt, wen ich bekomme. Kosta. Ich habe Gülherme und Benizet. Boah, ich habe auch eine Kacke gezogen. Ich biete die einfach mal für 150 an. Wird schon irgendwie weggehen. Gülherme ist ein witziger Torwart aus Brasilien. Ja, kenne ich. Spielt er nicht bei Lokomotivo oder hat er auch mal gespielt? Irgendwie sowas. Ja, spielt er. Ja genau. Ansonsten. Ne, ich habe The Guzman. Aber den Faker glaube ich. Oh, jetzt habe ich Hazard auf dem Pack. Okay, bist du bereit? Ich habe Lionel Messi drauf. Oh shit, okay. 3, 2, 1, Attacke. Jetzt bin ich richtig gespannt, ey. Ich auch. Und wir kriegen... Oh mein Gott, Ibra! Ibra Himovic! Ibra! Ibra! No! No! 93 schießen! 77 Tempo! 88 Physik! 88 Dribbling! Niemals! Mein Herz! Mein Herz! Niemals! Lama, Digga. Lama! Niemals! Ich gucke direkt Preise... Oh mein Gott, Preisvergleich. Lass da bitte jemanden drauf sein. Ne, ich bin Kirre. Ich glaube es nicht. Digga, Ibra Himovic! Ich zitter am ganzen Körper. Okay. Was? Was? Und ich sag's dir sogar vorher noch. Ey, ich kreisch hier wahrscheinlich gerade wie so ein Behinderter. Ey, meine Mutter kommt gleich hoch und... Weißt du nicht, Alter? Gib mir Ärger oder so. Preisvergleich, ich such die ganze Zeit. Da haben wir einen. Dann gibt's Ärger. Warte, warte. Da ist er. 3 Millionen. 3 Millionen. 3,5 Millionen. Läuft, würde ich sagen. 3,4 Millionen. 3,2 Millionen. Ich bin reich, Kevin. Niemals! Oh mein Gott. Niemals! Bist du ready fürs nächste Pack? Warte mal, ich muss mich erst abfeiern. Ey, das glaube ich jetzt nicht. Du? Ich kann... Ey, Bro, wir machen Hälfte, Hälfte, okay? Bist du krank? Ach nee, das war nur ein Spaß, aber ohne Witz. Krass, ey. Oh mein Gott, warte, ich muss kurz durchhaben, dann können wir weitermachen. Ja, okay, wir können weitermachen, ey. Bist du bereit? Mhm. Ja, zäh runter, ey. 3, 2, 1. Ibrahimović in Form, 91. Fair, Mann, immerhin. Ich hab nichts gezogen, gerade. Glaube, ich bin jetzt mit allem zufrieden, oder? Also, jetzt könnte ich auch, weiß ich nicht, Guilherme ziehen und das tausendmal. Läuft nicht so. Doch, läuft auf jeden Fall. Krass, ey. Ich bin mal im nächsten Pack, ey. Mir ist jetzt echt alles egal. Okay, 3, 2, 1, los. Und go, genau. So, Alaba hatte ich jetzt vorne auf dem Cover. Mal schauen, was da dringend... Ah, du kacke. Bei dir? Ich hab Arnautovic und Maximovic. Joa. Ist auch kacke eigentlich. Joa. Oh mein Gott, ey. Ich kann's ja immer noch nicht fassen. Ah, warte. Ich guck mir den nochmal auf der Transferliste kurz an. Toch. Da ist er, ey. 93 schießen, ey. Der muss doch alles reinmachen, oder? Wahrscheinlich. 88 Filsix, 88 Dribbling, 77 Tempo, der ist doch ein Monster, ey. Oh mein Gott. Ja, ich bin bereit fürs nächste Pack. Okay. So. Ready, steady, go. Ich hab jetzt Tim Howard, genau. Ich hab auch schon gedrückt. Ich überspringe jetzt mal. Und hab nur kacke. Ich hab Genta. Und Pizarro. Genta von VfB Stuttgart und Pizarro von Florentina. Rotz. So, abgestoßen. Hab jetzt noch drei Packs vor mir, würde ich mal sagen. Okay. Wollen wir das nächste mit David Alaba. Jo. Drei, zwei, eins und go, bro. So, ich würde mal sagen, lass mal das nächste Nosepack auf Hoffnung machen, das machst du ja so gerne. Immerhin, Llorente, 81er Bewertung, Rat. Oha, voll viel Spieler. Ich hab nur Rotz gerade die ganze Zeit. So. Llorente, da braucht man nicht, stoß ich ab. So, jetzt mach ich mal einen Nosepack auf Hoffnung, machst du mit? Hm, warte. Ach ja, ich muss ja so drücken. Ja, kann ich machen. Okay. Wir machen einfach, ne? Drei, zwei, eins und. Jo, hab. Ja, getroffen. Ah, nicht hingucken, ne? Ah, ja, ja. Genau, ich schließe jetzt mal meine Augen. Lass mal öffnen in fünf, vier, drei, zwei, eins. Und nur Kacke, nicht ein... Ronaldo! Oh mein Gott, Ronaldo! Wie? Ist das dein Ernst, den Mist geholt hat? Ronaldo! Ja, nein. Oh mein Gott! Wie? 15 Millionen Coins, Jungen! Junge, wir sind doch voll die Glückspilze! Alter! Niemals! Oh mein Gott! Niemals! Äh, ja, ich... Ronaldo! Ja, oh mein Gott, Alter. Niemals! Ich komm darauf grad gar nicht klar. Digga, was hast du denn mit dem Pet aufbringen? Ich, Ibra, du, Ronaldo! Oh mein Gott, Alter. Jetzt ehrlich? Ja, Mann. Scheiße! Digga, ich zitter richtig. Mein Bein zittert voll die ganze Zeit. Lüge doch jetzt nicht! Doch, Mann! Ehrlich? Ja! Scheiße, ey! Junge, wir müssen, glaub ich, öfter solche Pack-Openings machen, Alter. Ja, Mann, Alter. Junge, ehrlich? Alter, heilige Scheiße! Ich krieg mich gar nicht ein, Digga! Ich war ja grad schon mit Ibra ganz gut bedient, ne? Aber... Ronaldo? Oh mein Gott, du glücklicher! Oh mein Gott, Digga! Ich hab dort schon Auswärts Trikot noch drin. Bei Deo und Moses. Junge, Alter, du krasser Lacker. Junge, wir sind beide übelst geile Spieler. Oh mein Gott, Alter. Niemals! Krass! Oh mein Gott. Junge, was ist das für ein Pack-Opening? Oh mein Gott, Alter. Das ist so assi. Niemals! Ehrlich, Ronaldo jetzt in Form. Als Stürmer. Ja, Mann! Als Stürmer! Der ist mehr wert als Pelé, ne? Ach du Scheiße, Alter. Ja! Krass, ey! Ne, ich... Boah, ich weiß nicht, ey! Oh mein Gott, ja! Krasser Junge, ey! Als ob jetzt! Doch, Digga! Krass! Wollen wir das letzte Pack holen? Jo! Okay, ich würde sagen, noch einmal ein Pack of Hoffnung ohne Nose, oder? Okay. Ohne Nose, heavy. Also einfach nur ein Pack of Hoffnung, Pack holen und weggucken. Okay. Okay. Drei, zwei, eins und, go! Go! Ich lege meinen Controller weg. Ach ja, weggucken. Und... Drei, zwei, eins... Diego Costa! Diego Costa, ja, Mann, aber der schockt mich jetzt nicht so wie Ibra. Ich habe, äh, Bella Rabi. Preisvergleich, wie viel ist Costa wert? Ah, 40.000, Mann. Immerhin. Immerhin, oder? Ich dachte, der wäre irgendwie so 100.000, das wäre halt, ey, kacke. Ja, ey, Digga! Oh mein Gott, Digga, was ist das für ein Pack-Opening? Das ist so heftig, assi. Ey, ich habe gar nicht Ibra gezogen. Ich weiß, ich habe auch nicht Ronaldo gezogen. Ich wusste es in der Camp, ich wusste es einfach. Das Ding ist, mich... Ja, du hast es ja geklaut, aber ich habe die ganze Zeit zu faxen gemacht in der Camp, wo du Ibra gezogen hast. Weißt du, warum ich das gemacht habe? Ja, weil du damals der Max und so auch verarscht hat und Hans ist, glaube ich, oder? Ich habe viele verarscht, aber eher nee. Scheiße, ey. Ich dachte, ich will jetzt mal so Rache machen. Ja, ich habe es mir schon gedacht. Niemand kann mich verarschen. Hast du es nicht geglaubt? Nee, kannst du in der Camp sehen. Ich habe einen auf Prank gemacht. Ich habe die ganze Zeit so, mhm, joo. Und so, die ganze Zeit so. Ich habe mir einen Abgelachter, so in Richtung. Niemand verarscht mich. Ich bin der Prankmaster. Niemand. Einfach Killer, Junge. Egal, ein Versuch was wert, Alter. Immerhin Dingo Costa gezogen. Ja, Mann. Ich habe leider nur Müll gezogen. Ich habe mir extra vor dem Pack unbedingt schon die Werte rausgeschrieben für Ibra, dass du mir das glaubst. So, 77 Tempo, 88 Dribblick, 88 Filsix, 93 Schießen. Gerade das hat dich verdächtig gemacht. Weil ich sage auch, ich sage auch, um irgendwas zu beglaubigen, irgendwie so, ja, da ist der und der drinnen, da ist der und der drinnen. So, damit die, ah, die Leute sind echt drin, aber die Ronaldo-Karte oder so viel. Ey, ich glaube das gerade nicht, Alter. Junge, du hast mich richtig genommen jetzt. So muss das. Bestimmt sieht das richtig kacke hinterher im Video aus, wenn du ganz so ein Trawling-Face machst, wo ich dir das so sage, wenn du das nicht geglaubt hast. Normal. Ah, kacke, ey, naja, sei es doch. Yo, dann, denke ich mal, ist das Pack-Opening auch vorbei. Wir wollen ja nicht überziehen hier. Unten sind Links zu den Sponsionen und in der Beschreibung. Ich kann euch nur raten, momentan sind die Coins doch günstig. Wegen dem Team of the Year werden sie teurer. Ich kann euch nur raten, Schlag zu, das ist wirklich wichtig. Und, genau, schaut nochmal beim Buff-Grab-LP vorbei. Der hat da ganz coole Serien, die schon erwähnt. Würde mich auf jeden Fall freuen. Wie gesagt, meine Abonnenten checkt auf jeden Fall Hamburger Youngsters Kevin aus und auch Danny, die Haaren, also Daniel etc. Machen echt gute Videos. Und ich würde auch sagen, checkt die restlichen Sachen der Videobeschreibung ab für Instagram, Facebook. Für uns beide, wir beide haben offizielle Facebook-Fan-Pages. Wie sagt man das? Keine Ahnung, Instagram. Und ich denke, ja, damit seid ihr gut bedient. Ich denke, das war ein lustiges Pack-Opening. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, mit dir wieder was aufzunehmen, Kevin. Haben ja schon was mit FIFA 14 damals gemacht. War auf jeden Fall wieder korrekt, was mit dir zu machen. Kein Ding, immer gern. Ich denke, es war auch lustig für die Abonnenten, ey. Ein Doppel-Prank, bloß deiner ging nach hinten. Ja, aber meiner ging echt nach hinten, ey. Ich habe echt einen kurzen Moment geglaubt, dass du dann doch Ronaldo gezogen hast. Aber ich war halt richtig skeptisch jetzt, ne? Scheiße, ich dachte, du glaubst das. Naja, sei's drum. Prank Nummer 1, erfolgreich. Wenn ihr wollt, dass ich noch mehr Duel-Pack-Opening mache mit Buff QLP oder anderen Leuten, dann smash doch den Like-Button und gebt einen Daumen nach oben. Genau, das geht natürlich bei mir auch, bei meinen Abonnenten. Falls euch das Video gefallen hat, lasst auch einen Daumen hoch da. Und dann verabschieden wir uns und sagen, euer Hamburg-Gangstus Kevin und Buff QLP Jonas sind raus. Und ciao!